Ein feindesweißes Pulver, das geschnupft wird und ein euphorisches Gefühl erzeugt. Ja, jo. Reduziert das Schlafbedürfnis. Also eigentlich ist das Kokain. Oder Pep. Ich weh ja nicht, dass ihr alle unwissend weiterlebt. Nein, die versucht das zu bauen. Ach, Gott sei Dank. Ähm. Mal da ganz schnell sagen, hör auf zu bauen. Ah, jetzt fängt die an, Kräutermädchen herzustellen. Ich möchte aber, dass du gerne Sachen veredelst. Genau, und jetzt die Schlacke-Sachen. Aber da ist auch gut Metall noch drin. So, dann gucken wir mal, was der Tiefenbohrer macht. Ich denke mal, der zeigt da mit dem Bereich an, wo der abbaut, ne? Also das Weiße. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, der ist ertragreicher, als wenn Minereien an der Oberfläche sind. Trägt 67 Stahl zu Stromkabel. Ne, jetzt ruhe ich nicht aus. Jetzt baut doch eben noch das Kabel fertig. Verstehe ich eh nicht. Wir können die Baustelle schon verlassen, wo die gerade die Materialien erst hingebracht haben. Ach, der muss auch noch daran gehen und arbeiten. Rohstoff unterhalb Kraftstoff. Das ist natürlich genau das, was ich nicht brauche. Gibt es aber in Rimworld auch, dass es Asche regnet? Den Pilz kann ich nicht ernten. Der ist immer noch nicht komplett gewachsen. Aber es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Weil die Temperaturen schon zu stark fallen. Den muss ich im Gewächshaushalt reinknallen. Weil ich ein zweites baue, wo keine Heilwurzeln drin angebaut werden. Oh, den kann man nicht mehr abbauen und woanders aufbauen. Das ist ein Vorkommen direkt beim Rohstofflager. Testet das doch mal. Noch mehr Kraftstoff. Ey, geht doch nicht. Ey, geht doch nicht. Zusammenbruch. Zusammenbruch Feuerteufel. Immer eine gute Nummer. Wenigstens regnet es gerade. Und was finden wir hier? Tiefenbohrung. Tiefenbohrung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Äh, ich versuche mein Glück noch einmal. Ansonsten habe ich glaube ich schon zu viele Tiefenbohrung aufgebaut. Hat immerhin jeder immer was zu tun. Man kann nie genug Kraftstoff haben. Man kann nie genug Kraftstoff haben. Tiefenbohrung. 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 Was für Bäder? Wir sind Gestrandete auf einer Kolonie. Wir brauchen keine Bäder oder sonst irgendwas. So ein Unsinn. Toll, schön, dass du für 1% gearbeitet hast an dem Ding. Geht etwas spazieren. Wird von einem Steinschlag erschlagen. Oh krass, die holen 150 auf einmal raus. Also ich sollte es wenigstens schon abbauen. Und tschüss. Brauche ich denn noch mehr Drogen? Richtig, ich kann Kraftstoff verkaufen und besseres Zeug bekommen. Obwohl ich gar nicht weiß, was Kraftstoff so wert war bei den Händlern. Ich kann mal gucken, was ich aus dem Teufelsgarten herstellen kann, so tolles. Ich denke mal, es wird das einfacher Stoff gesehen, oder? Tja, Störungen in der Solaranlage. Äh, ich habe noch zwei Bauteile, also sollte ich eh jemanden rufen langsam. Ich glaube, ich werde bei der liberalen Allianz am besten. Was rauskriegen. Und bis die hier sind in ein paar Tagen. In welcher wohl genug Kraftstoff abgebaut haben. Und bis die hier sind in ein paar Tagen. Ach, Bier war eine schöne Sache. Drauf geschissen. Da kommt was anderes rein. So, Komponentenwerkbank. So, Komponentenwerkbank. Langsam habe ich auch alles, ne? 20 Bauteile. Tja. Grad wohl eher nicht so. Nichts so. Ja. Okay. Und so wurde Texas, nein, die Zipfelbrüder zu einem OPEC-Start. Bald müssten die Araber hier klopfen oder USA demokratisiert uns. Sie haben Massenvernichtungswaffen. Bist du der Einzige, der gerade wach ist? Ach, wäre so schlimm, wenn es regnen würde. Ach, du bist abstinenzler, du kannst keinen rauchen, während das Feuer brennt. Was ist eigentlich mit den anderen? Habt ihr keine Lust, Feuerwehr zu spielen? Ah doch, jetzt langsam. Die Erinnerung hat eine Nahrungsmittelvergiftung bekommen. Ursache toter Mensch, 80%. Dann solltest du vielleicht nicht die ganzen toten Menschen essen, Erinnerung. Hm. Ich glaube, ich kriege ein Problem. Vor allem da an der Ecke. Ich habe keine Bauteile. Ich kann keine, ähm, mh, keine Löscheinrichtungen bauen. Du sollst ihn nicht benutzen, du sollst ihn abreißen. Das Feuer da oben könnte viel schlimmer werden am Ende des Tages. Geil, wie Solarmodule einfach 100% brennbar sind. Ah, es regnet. Nels, bei dir ist das eh so, du kannst erstmal einen rauchen. Das ist erstmal wichtiger. So, was sagt mein Stahl 112? Wir haben eigentlich noch sehr viele Staceteile. Ich habe jetzt Zeit, jetzt langsam mal, äh, einen Schutzstreifen zu bauen. Und ja, Flammen können überhüpfen. Theoretisch. Äh, Moment, da muss ich gar nichts bauen. Da müssen wir nur bauen. Aber ein Stein kann das eh nicht hüpfen. Menschenjagendes Rudel. Der Gatton Muffelos. Hm, ja, das ist richtig scheiße. Meine Stromleitung zu den Geschützen ist kaputt gegangen. Oder? Habe ich das ausgeschaltet? Ich hoffe, die greifen die Tiere nicht an. Haben wir noch genug Zeit, die beiden Geschütze noch mit aufzustellen? So, Götter High steht da. Oh, die werden so reinhauen. Wo sind die anderen? Warum willst du jetzt irgendwelchen Betonscheiß holen? Geh hier durch, Nights. Du bist langsam im Laufen. Ähm. Geh in die Wohnquartiere. Zurück, 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 Leute. Toll, das letzte Geschütze hat gar keine Anbindung an Strom. Haut einfach ab. Rettet euch in die Wohnquartiere. Go, 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 go. Oh, 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 oh. Boah, es gibt so viel Fleisch, wenn wir es überleben. Lasst mich rein, ich will nur spielen. Dann geht er wieder weg. Ah, das ist aber schon... Wir haben vorne noch vier stehen. Da machen die Geschütze ordentlich was. Muah, ha, 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 ha. Das ist vielleicht nicht die optimalste Erweiterung. Aber ich glaube, wir haben fast alle erwischt. Da unten ist noch einer. Nee, da rechts ist auch noch einer. Den schafft er aber. Sehr gut. Und ich glaube, das waren jetzt alle. Ich glaube, du hast einen Streifschuss bekommen, ne? Ja. Von hinten in den Kiefer rein. Der arme Sack. Äh, die arme... Tja. Da ist noch einer. Oder? Nein, das ist ein normales Muffalo. Ein Muffalo, was sich beruhigt hat. Und was in 3,6 Stunden stirbt. So, ich versuche jetzt mal gleichzeitig die Kühlkammer ein bisschen zu erweitern. Fällt mir gerade nichts Besseres ein, in welche Richtung, damit ich das Fleisch überhaupt einlagern kann. Und wir haben ja Gott sei Dank... Ja, super. Und mir ist gerade die Sicherung durchgeknallt hier. Wird Zeit, dass der exotische Händler langsam kommt. Ah, guck mal. Ich bin ja wie... Wie ein Wahrsager. Könnten jetzt Abschlusskapseln kommen mit, äh, Bauteilen. Hm. Komisch kommt gar nichts. So. Sie haben sogar wirklich... Ah, neue Bauteile. Problem ist, habt ihr für 600 kommen lassen, ne? Ich glaube, ich kann nicht mal einen Kraftstoff an die verkaufen. Doch, hier oben. Für zwei. Pro Einheit. Na toll. Kraftstoff ist also nicht gerade, äh, kostbar. Nein, ich will euch 50 verkaufen. Äh, das Kokain kann ich euch auch verkaufen. Ich weiß nicht, den KI-Persönlichkeitskern, ich brauche den... Ich glaube, den brauche ich für irgendwas. So. das kann alles weg auch die energieschilde wie gesagt ich benutze sie eh nicht das bringt alles kohle riesen flachbild fernseher kann ich die nicht auf rate kaufen so dann kaufe ich noch ganz viel neutramin weil theoretisch kann ich sehr viel medizin herstellen was macht meine andere dame jetzt gerade ach so die baut schon mit gut ja wenn du mal versagst kein problem absolut die tiere kommen gleich mal rein so den boden machen wir aus sandstein aua transportiert ja die liegen da oben noch so priorisieren das schlachten ich weiß gar nicht wie viel 198 mafalo fleisch die kann ich gar nicht einlagern habe ich überhaupt keine chance ähm 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 äh 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 Ich glaube, die Kartoffeln halten sich ganz gut an der frischen Luft und auch der Reis. Kartoffeln, Reis. Ach ja, und das Rauchblatt kann ich auslagern. Obwohl ich da noch nicht mal weiß, warum das hier drin ist. Ach ja, wegen dem... Auch wegen dem Hopfen damals. Aber es ist wenigstens so kalt draußen, dass die Sachen sowieso nicht verderben. Können die Tiere das überhaupt... Also reihen die Tiere überhaupt, dass das Lager anders jetzt befüllt werden muss? Aber es sieht nicht danach aus. Ah doch, jetzt fangen sie an. Wir müssen nichts zu tun haben, sondern wenigstens versuchen, das Zeug wegzutransportieren. Aber wenigstens die toten Tiere einlagern. Okay. 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 Ja, der Reis hält sogar über ein Jahr draußen. Das Rauchblatt... Drei Saisons. Wäre halt schade, um die ganzen Maffelos. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles eingelagert. Ja. Ja. Sonnenfinsternis. Aber jetzt mache ich, glaube ich, den Break. Bevor noch irgendwas Schlimmes passiert. Alles gut. Und dann holst du mich mal.